Es ist mal wieder Zeit für ein Q&A. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, lang ist das her? Ich glaube, das letzte war tatsächlich über Walt Disney World und danach habe ich kein Q&A mehr. Für euch abgefilmt. Ich habe vor, glaube ich, circa einer Woche eine Fragebox auf Instagram gepostet und da habt ihr mir einige Fragen gestellt zu Disney, Disneyland, aber auch private Fragen. Und die gehen wir natürlich heute alle durch. Und ich würde sagen, wir starten mit den Disney und Disneyland Fragen und dann geht es über zu den privaten Fragen. Da sind auch noch einige dabei. Ja, diese Woche geht es ja noch ins Disneyland Paris und zwar zur Pride. Das wird meine zweite Pride sein. Die erste hat wirklich viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt. Brina und Nina sind auch noch dabei und das wird ein ganz tolles Wochenende. Das Wetter sieht ja bisher auch noch sehr gut aus. Ja, aber kommen wir zu den Fragen. Welche Attraktion im Disneyland Paris war deine erste, die du gefahren bist? Das weiß ich gar nicht mehr. Mein erster Besuch war ja damals, da war ich 21. Das ist jetzt knapp neun. Fast zehn Jahre her. Und damals war ich mit meinem Ex-Freund da. Der hat mir das geschenkt. Und ich weiß nicht, was wir damals als erstes gefahren sind. Ich kann mich auch an diesen Trip fast gar nicht mehr erinnern, obwohl es ja, also ich war ja erwachsen schon und eigentlich voll in meinem, also eigentlich müsste ich mich daran erinnern. Aber irgendwie kann ich mich echt kaum daran erinnern. Wahrscheinlich waren es so überwältigende Eindrücke, dass ich mich nicht daran erinnere. Ja, ich weiß noch, ich habe mir damals keine Ohren gekauft, sondern einfach so ein Hütchen. Ich war noch arme Studentin. Und ja, habe natürlich noch ein paar Bilder davon und Videos, aber ich erinnere mich leider nicht an meine erste Attraktion im Disneyland Paris. Ja, eine sehr interessante Frage. Wieso fährst du so oft ins Disneyland, wenn du sowieso immer nur am Meckern bist? Fand ich sehr witzig. Also ich, erstmal finde ich jetzt nicht, dass ich so viel am Meckern bin. Denn ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Denkt ihr, ich bin immer nur am Meckern? Aber auch Daniel und Brina, also wenn uns was nicht passt, dann sagen wir halt, dass uns nicht gefällt. Und Disney oder Disney in Paris ist halt nicht immer magical und alles ist toll und magisch und überall sprühen die magischen Funken. Nein, es ist auch, es gibt auch Sachen, die uns halt nicht passen. Wie jetzt zur Zeit das mit den Charakteren, dass es zu wenige gibt oder das Essen, zu wenig Mitarbeiter. Natürlich gibt es auch schöne Sachen, deswegen fahren wir auch so gerne dahin und auch so oft. Und es macht immer Spaß und wir lieben das Disneyland. Das ist mein Homepark, das ist mein liebster Freizeitpark. Aber es ist nicht immer alles toll. Aber auch in anderen Freizeitparks ist nicht immer alles toll. Und egal in welcher Lebenssituation, nie ist alles immer ganz toll. Und wir sind einfach nur ehrlich, wir wollen euch natürlich auch das übermitteln und sagen, was uns nicht passt, was uns nicht gefällt. Und um euch halt ein gutes Bild darüber zu geben, wenn ihr fahren solltet, dass wir auch, wenn wir jetzt sagen würden, oh, das Essen, dieser Snack, das war so lecker und das ist nicht alles Geschmackssache. Aber wenn ihr dann da hinfahrt und das viel Geld ausgebt und das dann testet und sagt, was haben die eigentlich da gesagt? Das schmeckt ja unterirdisch und ich würde da nie wieder hingehen. Also deswegen machen wir das, wir testen so viel und sind halt dann auch eher kritisch. So, das ist so viel dazu. Bist du zu den Adventszeiten auch im Disneyland Paris, also im November? Ja, ich denke schon. Also ich werde Anfang November ja in Thailand sein mit meinem Freund. Also über Halloween bin ich tatsächlich nicht im Disneyland. Aber ich werde zur Christmas Season Eröffnung da sein. Und zwar am 2. November Wochenende auf jeden Fall dann. Weil das ist mal das Wochenende, wo die Christmas Season startet. Und danach habe ich jetzt noch keine sonstigen Termine im November. Das ist noch ein bisschen weit. Ich verpasse ja den Halloween Start dieses Jahr im Disneyland Paris. Dafür bin ich halt in Orlando zu Halloween. Aber dieses Jahr verpasse ich den Season Start im Disneyland Paris. ist ein bisschen traurig auch darüber, denn Halloween ist auch einer meiner liebsten Jahreszeiten im Disneyland Paris. Und die Shows kommen ja wahrscheinlich auch wieder und die Parade. Aber wenn wir aus Orlando zurück sind, werden wir auf jeden Fall dann da hinfahren. Aber dann wahrscheinlich auch nur ein Besuch während der Halloween-Zeit dieses Jahr im Disneyland Paris. Aber es sprach es einfach nicht anders zeitlich. Ich bin bis 8. Oktober in Orlando. Also wir fliegen im 8. Jahr zurück. Und dann bin ich über Halloween ja schon fliegen wir ja nach Thailand. Also ich habe glaube ich nur zwei oder drei Wochenenden im August, im Oktober, die noch frei sind. Genau. Ja, also 2. November-Wochenende bin ich definitiv im Disneyland Paris. Kann man Charaktere auch zur Adventszeit umarmen? Es liegt ja wahrscheinlich, also generell ja schon, aber wahrscheinlich fragt ihr oder fragst du wegen dem C. Das kann uns natürlich keiner beantworten. Es wird ja schon spekuliert im Herbst, Maßnahmen, bla bla blub. Aber das kann uns keiner beantworten, ob wir zur Adventszeit immer noch die Charaktere umarmen können. Ob sich das dann, ob das nochmal alles verschärft mit dem Disneyland, wie die Regeln sind. Das kann ich leider jetzt nicht beantworten. Ich kann nicht in meine Glaskugel schauen und sagen, ne, zur Adventszeit sind die Regeln so und so. Müssen wir einfach auf uns zukommen lassen. Aber drücken wir die Daumen und hoffen, dass es bis dahin natürlich so bleibt, wie es jetzt ist. Wie oft bist du im Durchschnitt pro Jahr im Disneyland Paris? Überlege mir auch eine Jahreskarte anzuschaffen. Es war eine gute Idee. Jahreskarten, tolle Idee. Auch wenn ihr plant, mehr als zweimal im Jahr hinzufahren. Da müsst ihr natürlich schauen, welche Jahreskarte für euch am besten passt. Wie oft ich im Durchschnitt pro Jahr da bin? Also ich bin ja mindestens einmal im Monat da. Also mindestens zwölfmal im Jahr. Jetzt im März, glaube ich, war ich sogar zweimal da. Im Juli, keine Ahnung, wegen dem Avengers Campus, wie oft ich dann noch da sein werde. Also wie gesagt, mindestens wahrscheinlich zwölfmal im Jahr bin ich auf jeden Fall im Disneyland Paris. Also bei mir lohnt sich eine Jahreskarte. Also so oder so. Gehst du dieses Jahr nochmal nach WDW? Also Walt Disney World. Ja, habe ich ja gerade eben schon erwähnt und auch schon in anderen Videos. Und auch, glaube ich, oft genug auf Instagram. Ich weiß nicht, wie das an dir vorbeigehen konnte. Aber ja, ich fliege nochmal nach Walt Disney World zusammen mit der Brina und ihrem Freund. Ende September bis Anfang Oktober für zwei Wochen. Und ich freue mich sehr darauf, nochmal dieses Jahr nach Walt Disney World fliegen zu können. 26.06. Bist du da im Disneyland? Nein, tatsächlich nicht. Also ich werde jetzt dieses Wochenende da sein zur Pride und dann im Juni dann nicht mehr. Und im Juli ist es ja noch alles so unsicher. Ja, der Avengers Campus macht am 20. Juli auf. Die Frage ist, gehen wir vorher zu den Annual Pass Previews. Ist es eventuell ein Presse-Event von InsideEars? Das ist alles noch offen. Deswegen für Juli habe ich noch keine Daten, wann wir eventuell da sein können. Oder ich eventuell. Ich sage immer wir, aber ich bin ja gefühlt nicht mehr alleine unterwegs im Disneyland. Brina und oder Daniel sind ja auch immer irgendwie dabei. Ja, also 26.06. bin ich leider nicht in Paris. Ich poste aber immer Countdowns auf Instagram. Wenn ich das nächste Mal irgendwo unterwegs bin, egal ob Disneyland oder sonst wo. Da könnt ihr gerne auch mal auf Instagram folgen und in meine Storys reinschauen. Was denkst du, muss man gesehen haben im Disneyland? Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Was man mag. Was muss man gesehen haben? Also was Showtechnisch, was Shows angeht, finde ich The Lion King Rhythm of the Pride Lands. Die Show in Frontierland ist einfach unglaublich. Die müsst ihr euch anschauen. Und die lohnt sich tatsächlich. Richtig, richtig, richtig gute Show. Musical-Style. Ich glaube sogar besser als Hamburg. Das Musical von Lion King. Also Gänsehaut pur. Und welche Show ich auch noch richtig schön finde, ist Mickey and the Magician. Auch eine richtig schöne Show. Ansonsten, was muss man gesehen haben? Also, oder ich denke mal, das ist auch, was muss man gemacht haben im Disneyland? Da würde ich mir, also worauf, was euch Spaß macht. Wollt ihr Mickey treffen? Ist das ein Muss für euch? Also ich finde, bei meinem ersten, zweiten oder Disneyland Besuch, oder wenn ich jetzt nur einmal im Jahr fahren würde, würde ich für mich persönlich immer Mickey Mouse treffen wollen. Oder irgendeinen Charakter, den ich gerne mag. Bei mir ist es halt Mickey. Und deswegen würde ich Mickey auf meine Liste schreiben. Da stellt euch aber auch früh genug an. Wir haben uns ja im letzten Vlog, haben wir uns um kurz nach neun schon angestellt bei Meet Mickey. Und da waren wir, glaube ich, die dritte oder vierte Gruppe. Also das lohnt sich tatsächlich relativ früh, sich da anzustellen. Weil da ist immer sonst so viel los. Generell zur Zeit bei den Charakteren ist immer sehr, sehr viel los. Weil halt so wenige Charaktere im Park verteilt sind. Und das ist tatsächlich gerade eine Sache, die ich kritisiere im Park. Zu wenig Charakter-Meets. Ja, also das auf jeden Fall. Ansonsten muss man natürlich das Schloss gesehen haben. Aber das ist ja, das kann man ja nicht übersehen, wenn man in den Park geht. Und natürlich so Attraktion wie Big Thunder Mountain. Oder Tower of Terror. Ratatouille. Also das sind alles Sachen, die muss man gesehen haben. Aber wahrscheinlich auch den Avengers Campus, wenn er jetzt aufmacht. Keine Ahnung. Aber das kommt halt immer darauf an, was ihr gerne macht und was ihr gerne mögt. Mögt ihr Attraktionen, mögt ihr Achterbahnen, mögt ihr Shows. Also das liegt ganz an einer Person selbst. Wann hat eine Disney-Liebe angefangen? Ja, meine Disney-Liebe ist eigentlich schon seit Geburt an da. Ich erinnere mich noch an ein Babyfoto, wo ich auf so einem Mini-Maus-Handtuch sitze. Ich hatte immer Disney-Filme. Ich habe Bambi und König der Löwen damals auf VHS gehabt und immer wieder zurückgespult und von vorne geguckt. Also meine Disney-Liebe war schon immer da und ich wollte auch eigentlich immer mal ins Disneyland fahren, nur konnten sich das meine Eltern leider früher nicht leisten. Ich bin dann immer ins Reisebüro gegangen und habe nach dem Katalog gefragt und ihn mit nach Hause gebracht und durchgeblättert. Aber es war halt früher einfach nicht drin. Deswegen war ich auch erst mit 21 das erste Mal im Disneyland Paris. Naja, als Erwachsener kann man ja auch das erste Mal hinfahren. Deswegen, also meine Disney-Liebe war schon immer da. Ich weiß, also es war immer... Jetzt, in den letzten Jahren ist es natürlich so, dass es extremer geworden ist, auch was das Merchandise und jetzt durch den YouTube-Kanal und so natürlich extremer geworden ist während des Studiums. Also ich habe immer schon Disney gemocht, aber es war jetzt nicht ganz so extrem und in den letzten Jahren ist es halt ein bisschen extremer geworden. Wenn man das so sagen kann. Wann warst du das erste Mal im Disneyland Paris? Habe ich auch schon, ich glaube jetzt zweimal gesagt in dem Video, mit 21. Also vor knapp neun, zehn Jahren. Also im Januar, Low Season. Letzter Tag Christmas Season, das weiß ich noch. Wir haben uns noch die Christmas-Parade abends angeschaut, da ist es noch geschneit. Am nächsten Tag war die Christmas Season dann vorbei. Aber ja, war ein wirklich toller Aufenthalt. Wir hatten kaltes Wetter, aber es ist normal im Januar. Aber ja, mein erster Besuch war im Januar. Braucht man für das neue Buffet-Restaurant auf dem Avengers Campus eine Reservierung? Also da bin ich hundertprozentig sicher, dass ihr da eine Reservierung braucht. Man kann natürlich so hingehen und fragen, aber ich glaube jetzt auch vor allem am Anfang werden die Restaurants so beliebt sein, die es dort zu finden geben wird. Und ich glaube, also ich glaube es ist Prim Kitchen, es ist ja das Buffet-Restaurant. Da werdet ihr auf jeden Fall eine Reservierung brauchen. Es wird wirklich sehr schwer, da auch wieder an eine Reservierung zu kommen. Ähnlich wie bei Malls oder beim Auberghe zur Zeit. Das ist eine reine Katastrophe bei den Reservierungen. Ich sage da auch immer jetzt mal so einen Tipp am Rande. Wenn ihr dort seid, geht einfach hin. Also vor allem wenn ihr mehrere Tage dort seid, geht dann direkt am ersten Tag hin in die Restaurants. Fragt, ob an dem Tag was frei ist oder ob den nächsten Tagen, wo ihr da seid, was frei wird. Weil es gibt immer Leute, die tauchen erstmal nicht auf oder canceln kurzfristig. Also auf jeden Fall da immer, wenn ihr vorher keine Reservierung bekommen habt, einfach vor Ort nachfragen gehen. Oft klappt das auch. Wie viele Disneyland Paris Aufenthalte kann man im Voraus reservieren? Also generell mit so einer Pauschale, so viel wie du magst. Und mit der Jahreskarte sind es tatsächlich nur drei Tage. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf welchen Typ, also Jahreskarte oder Pauschalrasse die Frage gestellt wurde. Aber Pauschale könnt ihr so viele buchen, wie ihr wollt. Wie viele Aufenthalte und mit Jahreskarte tatsächlich nur drei Tage. Egal ob hintereinander oder verteilt. Warst du schon mal im Disneyland Kalifornien? Würdest du gerne und möchtest du auch andere Disney Parks besuchen? Also ja, ja, ja. Äh, nee, nein, ja, ja. So. Ich war noch nicht im Disneyland Kalifornien tatsächlich. Leider noch nicht. Würde ich natürlich gerne mal. Auf meiner Bucketlist stehen natürlich alle Disney Parks auf der Welt einmal Besuch zu haben. Bisher ist es ja nur Disneyland Paris und Orlando gewesen, also Walt Disney World. Und ja, Kalifornien und die anderen asiatischen Parks stehen noch auf meiner Liste. Ich hätte tatsächlich Hongkong und Shanghai vor dem C besuchen können damals. Wir hätten eine AIDA-Kreuzfahrt gemacht und hätten in den beiden Städten gehalten, jeweils für zwei Tage. Und da wollte ich jeweils einen Tag dann in diese asiatischen Parks. Aber wir wissen, warum das nicht passiert ist. Die Reise findet tatsächlich nächstes Jahr wieder statt. Aber meine Mama ist noch ein bisschen skeptisch mit Asien und nächstes Jahr. Deswegen, ja, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren werde ich irgendeinen Park wahrscheinlich besuchen. Aber es kommt auch darauf an, was in den nächsten Jahren noch so passiert. Genau, aber in meinem Leben irgendwann alle Disney Parks besuchen wollen. Lieblingsattraktionen im Disneyland. Ja, die habe ich gar nicht so direkt. Ich habe nicht die eine wie solche Daniel Phantom Manor. Ich habe viele Attraktionen sehr gerne. Und zwar zum Beispiel Tower of Terror liebe ich super gerne. Big Thunder Mountain ist, glaube ich, den mag irgendwie jeder gerne. Aber ansonsten, was fahre ich denn noch so gerne? Das muss ich ja runter überlegen. Es gibt ja noch Attraktionen. Hyperspace Mountain geht auch immer. Ja, Smallwood, nee, muss jetzt nicht sein. Also, ja, kann man. Also, wie gesagt, ich fahre jede Attraktion. Aber ich habe jetzt nicht die Attraktionen. Also, wie gesagt, Tower of Terror und Big Thunder Mountain sind so die zwei, die man auf jeden Fall immer super gut fahren kann. Was liebst du mehr, Disney oder Harry Potter? Ja, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Disney. Harry Potter mag ich auch sehr gerne. Aber man sieht allein schon an dem Amount, an den Sachen, an Merchandise, das, was ich zu Hause habe. Da ist halt Disney zu 98%, 99% würde ich sogar schon sagen, vertreten. Harry Potter vielleicht zu 1%. Also, Harry Potter-Merch habe ich sehr, sehr, sehr wenig. Aber trotzdem liebe ich auch Harry Potter. Und jetzt muss ich mal den Akku wechseln. Schlecht vorbereitet. So, Powerbank an die Kamera gestöpselt. Dann könnte es auch nicht leer gehen. Ja, also, ich mag beides sehr, sehr gerne. Aber Disney immer noch viel, viel mehr als Harry Potter. Würdest du Disneyland empfehlen mit drei kleinen Kids? Sechs, drei und ein Jahre alt. Generell, Disneyland mit Kindern ist auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sechs Jahre auf jeden Fall. Da kann man auch schon einige Attraktionen fahren. Auch mit drei, mit eins. Ja, also, wenn die Kinder sechs, drei und eins sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mit dem einen Kind wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengender werden. Dann, da würde ich wahrscheinlich empfehlen, ein Disney-Hotel zu buchen, wo ihr dann halt mittags mal hinlaufen könnt, euch ausruhen könnt, vielleicht ein Mittagsschläfchen machen wollt, weil im Sommer der Park ja auch noch sehr, sehr lange auf hat. Da kenne ich auch tatsächlich viele, die mir immer schreiben, ja, mit einem kleinen Kind, also Feuerwerk, haben wir noch nie gesehen, Illuminations, weil es so spät ist im Sommer, jetzt ja gerade um 23 Uhr. Und mit kleinen Kindern muss man halt schon früher im Bett sein. Das finde ich echt schade, muss ich sagen, dass man dann nie Illuminations sehen kann mit kleinen Kindern, weil man eh nicht so oft da ist. Müsst ihr dann vielleicht gucken, ob ihr einen langen Mittagsschlaf macht oder das Kind irgendwie es doch durchhält. Aber generell mit drei kleinen Kindern kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nehmt euch aber genug Zeit, wie gesagt, vielleicht eventuell ein Disney-Hotel, wo ihr mal eine Pause machen könnt, die Beine hochlegen könnt oder die Kinder sich auch mal ausruhen können, weil es ist schon sehr, sehr viel. Also es sind sehr, sehr viele Eindrücke für Kids. Aber ich persönlich habe ja noch keine Kinder und bin auch nie mit so kleinen Kindern im Park gewesen. Also die Erfahrung machen wir vielleicht dann in den nächsten Jahren, wenn ich dann auch Kinder habe. Dann würde ich auch da meine Erfahrung teilen. Dein Lieblings-Disney-Outfit? Uh, das ist schwierig. Das Lieblings-Disney-Outfit habe ich tatsächlich nicht. Ich mag generell Röcke, Kleider, alles in die Richtung. Mittlerweile trage ich ungern Hosen im Disney-Park, weil ich finde irgendwie Röcke und Kleider sind schöner. Ich trage aber auch immer dann eine Radlerhose drunter, damit ich auch auf Achterbahn keine Probleme habe oder mich einfach mal hinsetzen kann und nicht darauf achten muss, dass man irgendwas durchblitzen sieht. Also ich habe immer eine Radlerhose an und ist auch eh besser für die reibenden, schwitzenden Beine im Sommer. Ihr Frauen kennt das. Ja, aber was ich gerne mag, ist natürlich meine ganzen Stitch-Shop hier bei Loungefly Röcke-Outfits generell. Die liebe ich und es gibt ja tatsächlich zwei neue Outfits, die ich mir dann bestelle, wenn ich wahrscheinlich nach Amerika fliege, mit Prina und zwar immer das Schneewittchen-Outfit und das Schön-und-das-Biest-Outfit. Also die zwei stehen auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste. Ansonsten generell alles, ich kann euch mal so ein paar Bilder einblenden von den Outfits. Ich liebe die Röcke und auch die ganzen Combinations. Also die habe ich sehr, sehr gerne und ich kann darin auch viel essen und sie kaschieren trotzdem die Problemzonen, die ich habe. Wer ist dein Lieblings-Disney-Charakter aus den Animationsfilmen? Gilt da auch schon Mickey und Minnie? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Mickey und Minnie aus den, das sind ja alle Trickfilme, Animationsfilme. Das waren ja, ach weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Mickey und Minnie und wenn ich jetzt das ausschließen müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, mag ich Rapunzel auch sehr gerne. Und natürlich Belle als Prinzessin. Ja, ich glaube, das kann man kurz beantworten. Wie viele Tage empfiehlst du, wenn man zum ersten Mal ins Disneyland Paris fährt? Ja, also wenn man jetzt das erste Mal ins Disneyland Paris fährt, würde ich auf jeden Fall mindestens drei Tage, zwei Übernachtungen empfehlen. Das Minimum, damit ihr auch genug Zeit habt. Gerade ist eh sehr viel los, viel Wartezeiten. Also damit ihr auch die Shows sehen könnt, Attraktionen, aber auch vielleicht Charaktere sehen möchtet. Irgendwann fällt mir gerade auch noch ein, was man gesehen haben muss, ist gerade die Dream and Shine Bride Show und die Delight natürlich und das Illuminations Feuerwerk, wenn man nicht so oft da ist. Also das sind die Sachen, die man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Aber zwei Übernachtungen, drei Tage auf jeden Fall beim Erstbesuch. Wenn ihr in Köln sogar länger, aber je länger, desto teurer ist es ja auch. Aber so habt ihr Zeit, alles genügend zu erleben. Attraktionen, Shows, Snacks, Restaurants, jedenfalls auch eine Pause zwischendurch zu machen. Genau. Was ist dein absoluter Lieblingsort im Disneyland Paris, WDW, Animal Kingdom und Epcot? Also ich muss sagen, also für Walt Disney World ist das schwierig jetzt zu sagen, was mein absoluter Lieblingsort ist, weil ich war in jedem Park zweimal ungefähr und bin dann auch eigentlich nur die Attraktionen abgerannt und habe jetzt nicht die Secret Spots oder so. Dafür war ich halt, ich war ja auch erst mal einmal da. Also das kann ich so schwierig benennen, obwohl ich muss sagen, muss im Magic Kingdom gibt es eine künstliche Rasenfläche vor dem Schloss. Und das muss ich sagen, weil sowas fehlt mir auch im Disneyland. Da konnte man sich dann hinlegen, hinsetzen, mal kurz ein Päuschen machen. Und das war nicht richtig cool. Also es ist halt Kunstrasen gewesen, aber why not? Und sowas fehlt mir tatsächlich im Disneyland Paris. Man sich mal hinschillen, könnte einfach auch mal hinlegen, die Beine irgendwie hochlegen oder so. Das war schon recht chillig. Und mein Lieblingsort im Disneyland Paris ist schwierig, weil ich setze mich gerne, ja, vor das Schloss auf so eine Bank und gucke mir einfach an, wer so vorbeiläuft. Gucke mir das Schloss gerne an und ansonsten habe ich noch einen Lieblingsort im Disneyland Paris. Die Main Street finde ich ganz toll. Fantasyland ist mir das jetzt halt echt überfüllt, also das nicht so. Nö, ansonsten so einen richtigen Lieblingsort habe ich jetzt nicht, generell vom Schloss zu sein. Welche Restaurants kannst du zum ersten Besuch im Disneyland Paris empfehlen? Ja, also da gibt es einige. Vor allem, wenn ihr Prinzessinnen mögt oder kleine Prinzessinnen zu Hause habt, kann ich auf jeden Fall das Auberge de Saint-Driand empfehlen. Das war so unglaublich lecker. Es ist natürlich ein bisschen teurer, aber es ist lecker und ihr trefft vier Prinzessinnen, wo ihr im Prinzessinnenpavillon ein bis, meistens sogar zwei Stunden warten müsst für eine Prinzessin. Also auf jeden Fall, Auberge de Saint-Driand ist wirklich super lecker, aber auch das Waltz ist sehr, also ich stelle das Auberge immer noch über das Waltz, was die Qualität vom Essen angeht. Aber das Waltz ist auch wirklich sehr gut. Ihr bekommt vielleicht einen Platz am Fenster und könnt auf die Main Street schauen, wenn die Parade vielleicht vorbeiläuft. Und natürlich, das Feeling im Waltz ist natürlich sehr angenehm. Es ist ruhig und ja, die Bilder von Walt Disney zu sehen ist wirklich auch sehr, sehr gut. Also das waren jetzt zwei Restaurants, die preislich ein bisschen höher gelegen sind. Auch das Plaza Gardens ist solide, würde ich jetzt sagen. Man findet immer was zu essen im Plaza Gardens und gibt es jetzt auch abends mit Charactern. Also wenn ihr euch tagsüber keine Lust habt auf Character-Meetings, weil es zu lange dauert, dann könnt ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und euch das Plaza Gardens für abends reservieren. Das ist wirklich solide. Und Schnellimbiss-Restaurants, die ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall das Fuente del Oro mit den Burritos, aber auch das Last Chance Café, das ist lecker mit dem Turkey Leg oder mit dem veganen Chili. Was kann ich dir noch so empfehlen? Das muss ich mir kurz überlegen. Ja, ansonsten die Burger im Studio One, also in den Walt Disney Studios, in der Halle, wenn ihr da durchläuft, läuft ihr direkt vorbei. Die sind auch immer ganz gut, jetzt im Vergleich zu anderen Burgern, die es im Park gibt. Wie es jetzt mit den neuen Restaurants im Avengers Campus ist, das werden wir dann noch in den nächsten Wochen sehen. Ja, aber das waren so die Restaurants, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Welches Märchen bzw. welches Thema sollte deiner Meinung nach noch von Disney verfilmt werden? Puh, ich bin gar nicht so im Märchen-Business drin. Das weiß ich gar nicht. Was gibt es denn für Märchen, die noch nicht verfilmt werden? Was würdet ihr denn sagen? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welches Märchen oder welches Thema ihr gerne noch verfilmt haben möchtet? Ich müsste tatsächlich so ein bisschen überlegen. Es gibt ja noch Frau Holle, der Schrotkäppchen. Keine Ahnung, was gibt es denn noch für Märchen? Ich bin so schlecht bei Märchen, was das angeht. Ich habe immer Disney-Filme geguckt, aber nie Märchen. Doch, das Sonntagsmärchen bei Kika habe ich immer geguckt. Aber das weiß ich gerade nicht so. Aber ihr könnt ja gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Disneyland verbinde ich auch immer mit viel Fußauer. Tun dir nie die Füße weh? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Natürlich tun mir auch die Füße weh, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Also gut, wir sind ja oft, wir chillen auch mal oder sitzen irgendwo oder so. Aber natürlich tun mir auch die Füße weh nach so einem ganzen Tag. Disneyland, vor allem wenn man lange anstehen muss in Warteschlangen oder sonst was, dann tun auch die Füße weh. Aber da ist das A und O natürlich das richtige Schuhwerk. Ich habe immer irgendwie Sneakers an oder Chucks, also von Converse, aber die auch, die ich vorher eingetragen habe. Und bei denen ich weiß, okay, mir tun nicht die Füße weh, wenn ich sie den ganzen Tag trage. Im Sommer ist das ein bisschen komplizierter mit Sandalen. Aber da bin ich auch gerade dabei. Habe ich gehört, die Crocs-Sandalen sollen auch richtig bequem sein. Die hat eine aus Walt Disney World empfohlen. Die werde ich jetzt auch mal testen in den nächsten Tagen, wenn es warm ist von Crocs. Aber generell, Skechers sind immer super bequem. Ich trage immer Converse, Brina trägt Vans. Also muss man halt für sich selbst herausfinden, welche Schuhe am bequemsten sind. Aber auf jeden Fall vorher einlaufen, nicht neue Schuhe mitnehmen ins Disneyland Paris. Sonst wagt ihr das Risiko, Blasen zu bekommen. Und das will wirklich keiner. Ich habe trotzdem auch immer Blasenflaster dabei, weil Brina und Nina letztes Mal musste ich auch erst mal versorgen mit Blasenflastern. Die waren total voller Blasen. Und ja, musste ich erst mal versorgen. Also auf jeden Fall auf das richtige Schuhwerk achten. Welches Disney Hotel findest du am besten und warum? Das ist die letzte Disney-Frage. Also ich war bisher nicht im Newport Bay und noch nicht im Disneyland Hotel. Also das sind die zwei, die mir fehlen. Das heißt, zu denen kann ich keine Meinung äußern. Aber also wenn ich jetzt unendlich Geld hätte oder nicht auf den Preis achten würde, dann würde ich natürlich das Hotel New York nehmen. Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber das Hotel ist schon richtig geil. Also es ist teuer, es ist sauteuer, aber es ist modern, es ist schön anzusehen, die Zimmer sind toll. Also wenn ich nicht aufs Geld achten würde, dann würde ich das Hotel New York empfehlen. Und wenn ich so ein bisschen auf das Geld achten würde oder müsste, würde ich das Disney Cheyenne empfehlen. Es ist eines der günstigeren Disney-Hotels. Preis-Leistung ist wirklich gut, die Zimmer sind schön, es ist natürlich ein bisschen weiter weg. Aber ich finde es wirklich ein solides Hotel und auf jeden Fall besser als das Santa Fe. Ja, es gibt auch einen Starbucks, das ist immer ganz gut. Santa Fe und Cheyenne haben ja einen eigenen Starbucks, die anderen zum Beispiel nicht. Ja, also das Cheyenne, wenn ich es aufs Geld achten müsste. Ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar privateren Fragen. Da haben wir euch auch ein paar Sachen interessiert. Und kommen wir zur meistgestellten Frage. Und zwar, was ist dein Beruf? Oder was arbeitest du eigentlich, wo du so viel unterwegs bist? Ja, ich habe eigentlich einen ganz normalen Bürojob, der aber durch Corona jetzt viel ins Homeoffice gewandert ist. Oder also jetzt wieder, ich bin so ein bis zwei Tage im Büro und den Rest der Woche im Homeoffice. Da pendeln wir uns gerade so ein. Und was mache ich eigentlich? Ja, ich arbeite bei der DHL Express, habe ich auch schon öfter gesagt. Und bin da im Projektmanagement tätig. Also zurzeit arbeite ich an einem Projekt im digitalen Zollbereich. Also total überhaupt nichts mit Disney oder irgendwas mit Social Media in die Richtung. Also arbeite an einem Projekt für digitale Zolldaten und bin da gerade so, ja, diejenige, die die analytischen Sachen übernimmt. Mache natürlich auch Präsentationen, aber habe viel mit Excel oder jetzt auch Power BI zu tun, wenn euch das was sagt. Keine Ahnung, aber jetzt mal kurz mal erwähnt. Und also habe viel, bin viel am Computer, am Arbeiten, deswegen kann man das auch gut im Homeoffice machen. Und ja, so ein bisschen mit ganz viel Zahlen und analytischen Fähigkeiten. Wie gesagt, überhaupt nichts mit irgendwas, was ich hier so mache, privat. Ja, und warum, wie ich es schaffe, so viel unterwegs zu sein? Ich habe natürlich alle Wochenenden frei und an den Wochenenden unternehme ich halt gerne was. Ich bin ungern zu Hause am Wochenende, natürlich hin und wieder mal, um einige Sachen zu erledigen, zu putzen oder sonstiges mal zu machen oder auch mal auszuschlafen. Weil, wenn man unterwegs ist, mal ehrlich, irgendwo am Wochenende schlafe ich auch nie aus. Unter der Woche schlafe ich nicht aus und deswegen so ein Wochenende oder so, wenn ich mit meinem Freund bin, da kann ich ausschlafen. Ja, das ist dann auch mal schön. Also deswegen Wochenenden immer frei. Ansonsten unter der Woche bin ich auch selten unterwegs und dann muss ich mir halt Urlaub nehmen, aber an den Wochenenden halt nicht. Und deswegen, genau. Stört es deinen Freund nicht, dass ihr euch verhältnismäßig wenig seht? Nö, es stört uns beide nicht, denn er hat sich dazu entschieden, in die Schweiz zu gehen. Und wir wussten beide, was das für unsere Beziehung bedeutet, dass wir uns nicht jede Woche sehen können, weil fünf Stunden mit dem Zug oder auch mit dem Auto, das ist einfach zu lang. Aber wir waren jetzt noch nie das Couple, wir hatten noch nie die Beziehung, die 24 Stunden aufeinander gehangen haben. Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Also wir haben ja schon drei Jahre zusammen gewohnt, wenn ihr es noch nicht, wenn ihr erst seit kurzem dabei seid. Also wir sind jetzt seit dieses Jahr sieben Jahre zusammen. Wir haben davon drei schon zusammen gewohnt und jetzt halt wieder nicht. Aber auch, als wir zusammen gewohnt haben, ich bin am Wochenende oft weg gewesen und er hat sich gefreut, damit er das Wochenende frei hat. Auch unter der Woche jeder Bearbeitenden habe ich halt was anderes gemacht. Also wir haben nie irgendwie 24 Stunden aufeinander gehockt, außer wir waren mal im Urlaub oder so. Aber wir sind jetzt nicht die Beziehung, die das so braucht, sagen wir mal so. Aber das muss jede Beziehung für sich selbst entscheiden. Deswegen, also uns stört es überhaupt nicht, dass wir uns verhältnismäßig wenig sehen. Also natürlich, wenn ich jetzt da wohnen würde oder er wieder hierher kommen würde und wir wieder zusammen wohnen würden, da hätten wir natürlich auch nichts dagegen, wenn wir uns öfter sehen würden. Also so ist es nicht. Wir gehen uns nicht auf den Sack oder so nach einer Zeit. Für mich wäre beides schön. Also aber wir haben mit beiden Situationen keine Probleme. Wenn es irgendwann in die Familienplanung geht, dann müssen wir nochmal schauen. Aber gerade sind wir sehr happy mit dem, so wie es ist. Ich habe meine Freiheiten. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Er hat damit gar kein Problem, wenn ich so viel unterwegs bin an den Wochenenden auch mit anderen Männern. Also das ist auch so ein Thema. Ich bin ja auch mit Daniel und Sven oder so unterwegs. Da hat er überhaupt keine Probleme, ist überhaupt nicht eifersüchtig oder so. Also da bin ich schon richtig happy mit ihm. Und er lässt mir meine Freiheiten und lässt mich die Sachen machen, die mir Spaß machen. Aber auch das Gegenteil. Also ich lasse natürlich ihn auch seine Sachen machen, die ihm Spaß machen und muss das auch akzeptieren. Also es ist ein Gämonem und ich denke, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden. Welche Musik hörst du gerne? Ja, so, also ich höre sehr gerne Musicals. Musical Musik höre ich gerne, so Tanz der Vampire oder Elisabeth oder sowas. Das höre ich sehr gerne. Dann natürlich Disney Musik ist ganz oben dabei, was das angeht. Aber auch mal Radio oder gerade die Charts. Aber ich muss auch sagen, ich höre auch gerne so Musik von früher, wo ich so Teenie war. So Bushido oder so. Aber ich möchte auch so Phasen, wo ich denke, oh jetzt so Bushido. Ja, ich habe früher gerne Bushido gehört. Also es ist ein wilder Mix. Ich höre jetzt kein Heavy Metal oder kein Schlager. Das überhaupt nicht. Aber sonst bin ich da gut unterwegs. So ein wilder Mix. Kannst du Paartanz? Das war auch so eine sehr skurrile Frage. Nein, kann ich tatsächlich nicht. Ich habe mal einen Tanzkurs gemacht oder eine Tanzstunde mit meinem Freund. Das war totales Desaster. Wir haben dann auch drei Tage nicht gesprochen, weil ich mich nicht führen lassen wollte. Und total stur war, was das angeht. Aber ich habe auch kein Tanzgefühl. Also Daniel sagt auch immer, wenn wir Reels drehen, Simone, hör auf zu tanzen. Das geht nicht. Mein Freund sagt, mein Taktgefühl wie ein Toaster. Also ich mache es trotzdem immer mal wieder. Ich tanze auch, weil ich habe da überhaupt keine Hemmungen. Also ich bin da auch selbstbewusst genug. Und wenn ich dann tanze, ist mir das auch völlig egal, was andere denken. Aber nein, ich kann kein Paartanz. Und die letzte Frage. Wann geht es denn nochmal in den Europa-Park? Das weiß ich leider nicht. Haben wir bisher nicht geplant. Und in den nächsten ein bis zwei Monaten auch überhaupt nicht auf der Watchlist, wenn man das so sagen kann, auf der Wunschliste. Wir haben so viele andere Pläne mit Brina auch zusammen. Da war jetzt Europa-Park gar nicht spruchreif, sozusagen. Auch nicht zu Halloween tatsächlich. Also Halloween, wie gesagt, habe ich eh nur zwei Wochenende oder drei frei. Und dann ist einmal davon das Disneyland Paris. Und dann nochmal den Eifelpark zu besuchen, natürlich bei Daniel. Und dann habe ich, glaube ich, kein Wochenende mehr frei. Weil ich dann schon wieder in die Schweiz muss, weil wir dann nach Thailand fliegen. Genau. Also Europa-Park wird dieses Jahr, glaube ich, vielleicht zu Weihnachten. Aber sonst erst mal im August habe ich auch keinen Slot mehr frei. Da habe ich auch schon alle Wochenenden durchgebucht. Ja, ist tatsächlich schwierig. Also ich habe schon bis auf den Juli, weil wegen dem Avengers Campus haben wir uns da noch einiges offen gehalten. August ist komplett voll ausgebucht. September auch schon fast. Bis auf ein Wochenende. Und meinen Freund muss ich auch noch zwischendurch irgendwann sehen. Den muss ich auch irgendwo noch immer so reinquetschen. Ja, ist schon schwierig, wenn man so viel unterwegs sein möchte. Ja, also das war es. Das waren alle eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Weil wir ja schön euch die Fragen beantworteten zu können. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Denkt dran, am Wochenende einzuschalten. Da bin ich bei der Pride und nehme euch dann natürlich mit. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Vlogs. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!